Hier habe ich für euch eine schöne Böller-Tour zusammengestellt mit, wie ihr seht, verschiedenen Böllern. La Bomba von Pure Factory, dann Shai Xing Cracker Big Balls von Explode, dann die 1960er China Böller D von Fire Event und die ganzen Funke P1 Böller, Funke D, Funke Super 1, Funke Super 2 und zum Beispiel jetzt noch Bopip Pyro Cracker. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Wie habt ihr den gelben Sack, wo meine ganzen... Hier haben wir den La Bomba. Jetzt geht es weiter mit den Shai Xing Crackern. Weiter geht es mit den Pyro Crackern von Bopip. Jetzt geht es wieder mit den Schaafeln. Schaafeln. Hier. 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 Jetzt als nächstes mal ein schönes Leuchtfeuerwerk und zwar die Big Balls von EXPLODE. Jetzt gibt es drei EXPLODE BIG BALLS auf Schlag. Jetzt geht es weiter mit den Funke D-Böllern. Welche Charge? Das ist P1. Genau. Jetzt geht es weiter. Funke D. Das war noch drei. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es weiter mit den Funke Super 1. Welche Charge? P1. Bitte Stefan. Stell mal einen hin. Jetzt die Funke Super 2 P1. Gut. Ich steine hier so hin ok? Ja. So. Ich habe da keine Reihe noch lange gemacht. Und den letzten Super 2. Boah. Und jetzt zu guter Letzt die Feier-Event der 1960er D-Böllern. Machst du ich ja Charge? Das ist vom letzten Jahr 2017. Richtig. Ah jetzt. Ich kann da mal einen hin. Die sind halt jetzt nicht so geil dafür. Ich kann da nicht so braunen hin. Ich habe da nicht so viel drauf gemacht. Der wird kusten. Ich kann da nicht so gut drauf. Ich kann da nicht so gut drauf. Ich bin dran. Wachstuhl. Für den Platz.